Herzlich willkommen hier in der Starwalker Lounge im Inside Hotel bei Melia in Bremen, Sternentor. Und ich möchte Sie einladen, heute mit mir gemeinsam den Drink des Monats zu probieren. Diesen Monat haben wir auf der Karte eine Margarita, ein klassischer Cocktail, 6 Centiliter. Und jetzt bereite ich gemeinsam mit Ihnen einmal die Margarita vor. Zur Vorbereitung brauche ich eine Zitrone, denn eine Margarita ist ein Tequila-basiertes Getränk. Und Tequila trinkt man klassischerweise mit Salz. Und das machen wir auch in diesem Cocktail. Und zwar produzieren wir erstmal einen Salzrand auf unser Cocktailglas. Das gibt dem besonderen Pfiff. Und jetzt bereiten wir das Mixgetränk-Purr. Eine Margarita besteht aus 2 Centiliter Tequila. Und dazu kommen 2 Centiliter Orangenliquor. Und 2 Centiliter gesüßten Limonensaft. Und das Ganze wird mit dem Boston-Shaker wie Schokolade. Ein klassischer Cocktail, ein sogenannter Cruster-Drink im Glas mit Salzrand. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen, angenehmen Abend hier bei uns in der Starwalker Bar. Mein Name ist Burkhard Cardo. Ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Tschüss. 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 No. Tschüss. Vielen Dank.